Ich hole jetzt Ilja Kaminski, der war jetzt auf Lesereise in Berlin, und ich hole ihn jetzt am Zug ab, weil er heute Abend dann die nächste Lesung in München hat. Was ich vorhin natürlich nicht wusste, ist, dass er sehr langsam geht, weil er ist sehr gemütlich spaziert und dann ist es natürlich ein bisschen unangenehm, zu sagen, jetzt müssen wir mal hier los. Hallo, ich bin der Ingo und ich mache seit ungefähr einem halben Jahr einen Volontariat in der Presseabteilung des Hansa Verlags. Heute werde ich zum ersten Mal einen internationalen Autor, der aus den USA kommt, abholen und begleiten und dafür sorgen, dass er rechtzeitig bei seiner Lesung ist und dass da alles glatt läuft. In der Presseabteilung ist es eben wichtig, dass man keine Angst hat vor fremden Leuten, die sind auch aufgeregt. Das Schlimmste wäre natürlich, wenn er jetzt nicht ankommt oder im falschen Zug ist oder in der falschen Stadt und ich hier stehe und dann habe ich ein Problem. Ja, ja, ich bin am Gleis schon, genau. Kommt wahrscheinlich da hinten auf Gleis E an, also bei Buchstabe E. Falls er mich nicht sieht, habe ich noch sein Buch dabei, damit ich dann so ein bisschen winken kann, damit er mich auf jeden Fall nicht übersieht. Für mich war es vorher nicht klar, wie gut er jetzt dann letztendlich hört, weil das ist ja nichts, was ich ihn vorher frage. Für mich war es vorher nicht klar, wie gut er jetzt dann letztendlich hört, weil das ist ja nichts, was ich ihn vorher frage. Hallo, 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 how are you? Nice to see you. Yes, it's a pleasure. And I'm really looking forward to the reading this evening. Ja, da war dann schon eine gewisse Aufregung, aber er hat mich gut verstanden und was immer auf jeden Fall geholfen hat, ist, wenn man draußen war, dass er auch die Lippen lesen konnte. Did you enjoy looking out of the window to see a lot? Yeah. To see a lot? Yeah. How are we going? Nice to see you. Nice to touch you. Wir gehen jetzt ins Hotel zusammen und gehen dann noch was essen, je nachdem. Also er ist jetzt auch viel rumgereist und sie haben sich ja noch gar nicht kennengelernt. Und heute Abend hole ich ihn dann wieder ab und bringe ihn zum Literaturhaus für die Lesung und ich gehe jetzt wieder zurück zum Verlag. Wenn man Fragen hat, ist glaube ich auch eine wichtige Sache, denn niemand geht davon aus, dass man alles weiß am Anfang. Und ich bin hier zum Lernen und nicht, weil ich alles weiß. Hallo. Jetzt kam eben zum Beispiel hier vom Göttinger Literaturherbst das Programm und da sind auch ein paar von unseren Autoren und Autorinnen dabei und damit das online auch zu finden ist, werde ich dann hier das eintragen. Genau, das ist auch so eine meiner typischen Aufgaben. Ich habe noch eine Nachricht bekommen von Ilja, sehe ich gerade. Hat mir noch geschrieben, thank you very much for all your help. Was ich auch als gutes Zeichen bewerte. Das ist immer gut für meinen Kreislauf, wenn ich mal zwischendurch ein bisschen Post verschicke. Also es ist eben so, dass bei Germanistik gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Jobs wie bei Informatik oder wo es nicht so klar ist wie bei Medizin, weil das einfach ein viel breiteres Gebiet ist, in dem man arbeiten kann. Was vielen, die das auch studieren, selbst gar nicht bewusst ist unbedingt, weil es nicht festgeschrieben ist und es gibt wirklich permanent Jobs. Man sollte schnell sein in vielen Fällen, weil eben viele sich bewerben und was einfach auch ein Knackpunkt ist, einfach dranbleiben. Es wird nicht beim ersten Mal funktionieren. Das ist meine Erfahrung und ich habe einfach auch, ich habe auch sehr viele Bewerbungen geschrieben. Bestimmt 30 oder 40. Und dann hatte ich plötzlich eine Woche, wo ich fünf Zusagen bekommen habe. Aus dem Nichts. Im Studium hat man nicht so viel Kontakt mit der Außenwelt. Ich fand es immer sehr schön, dass ich mich auf ein Thema konzentrieren konnte. Bei Hausarbeiten, in Seminaren. Das ist mir jetzt noch mal bewusst geworden, dass es schon auch auf jeden Fall ein Luxus ist, weil gerade jetzt in der Presse sind tausend Dinge jeden Tag. Da ist alles ein bisschen zerstückelter und eben nicht mehr diese eine Sache, mit der man sich ein paar Wochen lang beschäftigen kann. Ich weiß nicht, ob es jetzt der Traumjob ist. Dafür mache ich es auch noch nicht lang genug. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mir hier sehr, sehr gut gefällt. Und ich mich sehr glücklich schätze, hier in einem Umfeld zu arbeiten, wo ich eben auch nicht erklären muss, warum ich Germanistik studiert habe. Hier ist das selbstverständlich. Hier sind überall Bücher um mich herum und ich treffe die Menschen, die die Bücher machen und die Bücher veröffentlichen. Und das gefällt mir schon sehr gut. Hallo, ich bin Ingo. Hallo. Ja, ich freue mich sehr. Ja, schön. War ihr ja schon im Verlag heute? Ähm, ne. Heute Mittag erst wieder angekommen mit dem Zug. Ja, ja. So, was wir machen? Wir gehen nach Literaturhausen. Wir gehen da. Und dann... Ein paar? Ja, also wir laufen jetzt einfach zum Literaturhaus. Und dann ist da gleich die Lesung. Und sie haben sich halt schon jetzt länger nicht mehr gesehen. Deswegen lasse ich die beiden jetzt mal ein bisschen sich unterhalten. Was ich vorhin natürlich nicht wusste, ist, dass er sehr langsam geht, aber auch gerne geht. Er wollte nicht mit dem Taxi fahren, die Viertelstunde. Aber er ist sehr gemütlich spaziert und dann ist es natürlich ein bisschen unangenehm zu sagen, jetzt müssen wir mal hier los. This way. To the Literaturhaus. Yes. Sorry. Was mir im Nachhinein eingefallen ist, was sehr blöd gewesen wäre, wenn jetzt auf dem Weg eine Demo oder sowas gewesen wäre oder irgendeine Veranstaltung, sodass wir da nicht hätten langlaufen können und dann zu spät gekommen wären. Wir werden jetzt überlegen, wie sie das machen und dann freue ich mich, wenn ich gleich Ruhe habe und ein bisschen sitzen kann. Ich bin jetzt erstmal fertig und dann, wenn später die Lesung vorbei ist, dann komme ich nochmal zu ihm und helfe dann beim Signieren. A very warm welcome to you, dear Ilya Kaminski. We are really glad to have you here tonight. Thank you. Who wants to watch a car, demanding a man's driver license. And when a man reaches for his wallet, the car shoots into the car window, shoots. It's a peaceful country. We pack with our phones and go to the dentist to pick up the kids from school to buy shampoo on basil hours. Ja, also es ist nicht das, was man als Lesung kennt, wie er vorgetragen hat, sondern wirklich eher ein Vortragen und fast schon ein Singen. Es war mit einem sehr starken Akzent, den er noch aus seiner Heimat hat und mit einer extremen Melodie und Betonung und Spielen von Lautstärken und Geschwindigkeiten. Es ist ein Land, in welchem der Polizisten von Polizisten liegt und ein Verbrechen für alles, was wir sehen, in seiner örtlichen Augen, die Nächte. Mir ist dann nochmal bewusst geworden, dass Lyrik wirklich nochmal eine ganz andere Gattung ist. Und das fand ich sehr schön. Wollen Sie es auf Deutsch oder wollen Sie es auf Englisch drin haben? Wie es besser geht. As it's better for you. Ist das so korrekt, Fritz? Ja, ja. So this is the name, this is us are. Also besonders schön fand ich es auf jeden Fall beim Signieren dabei zu sein, weil ich dann wirklich ganz nah beim Autor bin und ihm auch aktiv helfen kann. Und aus der Perspektive vom Autor eben zu sehen, wie es ist ja auch eine Überwindung, dann hinzugehen. Ich kenne das ja von mir selbst und dann zu sagen, ja hallo, es war sehr schön und einfach diese Freude dann zu sehen, das fand ich schon sehr schön, weil dann weiß man auch, warum man hier Bücher macht. Ja. Was? Ich kenne die Spricht. Ich kenne nur für mich also, weil ich es auch sehr liebte. Entschuldigung? Das ist nur für mich. Ich bin ein Beginner. Er hat alles gestellt. Nein, er ist nicht ein Beginner. Es ist sehr Erfahrung. Ich mache das einfach. Ich habe es nicht gesehen, dass ich es nicht erkennen konnte. Ich habe es dann entziffert. Und das ist es. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist wirklich nett von dir. Und du? Das kann ich in 20, 30 Jahren immer noch haben. Weil dann hole ich das Buch aus dem Regal und lese das. Und das ist halt schon sehr besonders. Hier findet ihr ein Alpha-Uni-Video zum Studium Germanistik. Und hier findet ihr noch ein weiteres Video.